so nach und Sachsen ist auf einmal auf einmal sagte nichts zu machen ich warte darauf dass du ein nächster Aufnahme mach ich doch wie das mit einem hallo oder so ach nee das sieht dann so aus als ob ich das zusammengeschnitten da du willst es so aussehen lassen als wenn du es zusammenschneidest, ernsthaft? auseinandergeschnitten aber so zu sagen ja aber warum ich von einem Part auf den anderen auf einmal dabei und von einem Part auf den anderen wieder weg wie eine, du warst im letzten Part auch dabei also das ist ja ein Schuss wann hast du aufgenommen? na, während du eh schon fast reingezockt hast was ist das denn? nehmt dir einfach auf, weil ich von zu mir rede ich zocker, das geht doch nicht was denn voran? haha ja, tschö so, Hammer ich muss, es dauert so lange bis ich mal das in blöden Tumulus gebaut habe oh mein Gott ich muss jetzt einen großen Tempelkomplex bauen, zumindest auch gerade den Part den ich erinnere, was ist denn das für ein Part? eeeh weiss ich nicht für ein Part, das ist Part 84 ähm, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, du hast Thumbnails? willst du mich verarschen? ähm, ähm, äh, ja wieso das denn? wieso hast du dich mit YouTube verpartnert? äh, hab ich gar nicht wieso kriegst du dann noch Thumbnails? äh, kriegst du das nicht, oder wie? den Nutzer definiert das Thumbnails oh, warte kurz, ne? so ähm ähm ich pause ganz einfach so einfach normal ja, weil einfach komisch weil einfach komisch, das ist die beste Begründung der Welt naja, haha, sicher so, jetzt wollen wir Holz Holz, 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 Holz hm warum ist da die Arbeit gestoppt? ja, 70 Arbeiten ich will gar nicht mit den Nomaden Freundschaft schließen oder was weiß ich das dauert mir zu lange, ich warstehne, ich, 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 ich dring die einfach alle um oder nicht ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf ich könnte dir eigentlich ganz leicht klatschen, aber, na lieber nicht was gibt's denn? hat er sich fertig gemacht in ein paar Sekunden? nein, er versucht die ganze Zeit sich Handicap zu geben äh ja ja Optionen Geschwindigkeit Tempo herunterstellen der Typ, ne was ist mit dem dann? einfach so der gibt sich die ganze Zeit Handicap ja, sag ihm doch was ne, hab ich doch sag doch ihm die ganze Zeit no Handicap idiot idiot dann sag's auf Spanisch der versteht mich schon der macht's ja weg bloß dann klicke ich auf bereit er auch aber ganz kurz vorher macht er wieder auf Handicap ah, das ist dann schlecht dann ist es schlecht sehr, sehr schlecht dann sag ihm was beleidige ihn auf härteste komm, beleidige ihn schaff's schon Are you kidding me? n so eine youtube-parte zu hören hat mich nicht mit den Cent gekostet wenn ich das einfach nur just for fun gemacht wenn man auch mal nicht aber nur youtube kann dein Konto wieder äh, kann das Video kündigen, ne? ha? nur youtube kann, das kannst du wieder kündigen das heißt, du hast eine Methode um aus dieser Partnerschaft rauszukommen und wie? löscht dein Konto äh mehr gibt's nicht mhm, was ist es? und, äh, ja, okay ja, da muss ich was gehen die youtube-rechtlinien machen damit damit, damit ich wieder den, damit ich das nicht mehr habe, oder wie? hm 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 bin ich die zugang zu einem agromonteur willst du mich hart verarschen? so wow er hat's geschafft er hat es geschafft ohnehin ja endlich er hat es geschafft noch reinzudrücken oh so ein idiot er warst du dich gerade vor ein paar sekunden noch glücklich? trotzdem so ein idiot, er versucht Handicap zu machen, das heißt er schlecht die bewohner dieses hausen müssen müssen Waren geliefert bekommen, hä? was für Waren? Bronze Waren früher war das für mich auch immer verwandelt, das sind einfach Bronze Waren nix 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 los komplikators brunze waren, aha holen 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 holen, 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 Bild ok ja endlich bescheidenes anwesen kommt schon bewegt euch wie wirkt euch wir werden es schon schaffen das blöde bescheidene anwesende umzukriegen tumulus muss ich da noch bauen ein aber weder versucht die gleiche taktik so nach dem motto nach dem motto viele der einfach viele dorfwohner ausbilden die alle zu mir schicken was soll das bringen es hat tatsächlich einmal geschafft mich mit dorfbewohnern zu waschen also was heißt raschen er hat ganz einfach und er hat ganz einfach einige karten gehabt wo überpower völlig überpowerte dorfbewohner waren und damit hat mich fertig gemacht schlussendlich du hast einfach nur ein lappen es war ja auch früher damals ja damals der hat so tausende dorfbewohner gehabt gefühlt und warum hast du das gefallen lassen weil ich nichts dagegen unternehmen könnte weil die einfach viel zu stark waren das sind dorfbewohner meine dorfbewohner mit über 300 leben äh das sind keine dorfbewohner mehr das sind keine dorfbewohner mehr das ist wie verarschen 80 personen in haushit bescheidenes anwesen ich hab 75 äh tja noob äh durch wer kommt denn hier nicht voran hä ich werde dich schon mal anholen wie sagst du naja in drei jahren vielleicht jaaa okay nicht mit den gesamten videos aber 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 halt wie emperors aussieht ja am besten mit der gesamte video anzahlen was mit der gesamte video anzahl die gesamte video anzahlen mit denen holst du mich doch sowieso ein mit was denn mit der gesamte video anzahl was soll das sein mit meinen tausend videos meine ich ja was soll das sein damit holst du mich auch ein wie nicht hust nein ich meine mit emperor videos das ist wahrscheinlich ich verstehe schon ja mit der jahr den gesamten 1000 videos kann er erinnert einholen da brauche ich ein paar jahre ja ja und eine bessere leitung haha ja wenn ich mal ein bisschen die karlitung aber weil er dann 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 braucht zugang zu dem kräuterkollegen wie sich verarschen das recht daneben haha kommt mir bekannt vor ja endlich endlich ja jetzt muss noch mal noch der tumulus gebaut werden und dann habe ich endlich diese blöde karte geschafft ja haha vor allem nur noch der tumulus ne mhm der ist so der ist so benötigt aber der ist so ähm keine Ahnung 40 warte 57% ok benötigt war 57% abgeschlossen u Profi nicht warum nicht einfach so weil es konnten ja ja dieser tumulus da das dauert mal obwohl ich die geschwindigkeit schon erfuhundert habe ich muss einfach nur den tumulus zuschauen wie du es auch immer machst hm nachmacher hm ja du machst voll nix zu lp nach wer ist das ich weiß es nicht ne na ich 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 kenne auch nicht ich kenne nichts zu lp ich frau mich ja nicht wie ich auf die channel gekommen bin ich glaube er mit emperor ja würde ich nämlich auch sagen aber da war einfach wie deine stimme dann aber Hammer ja Hammer ist ein bisschen freundlich ausgedrückt wie ein bisschen zu freundlich für meinen Geschmack da war meine stimme um genau zu sein scheiße dein Hammer ok scheiße warum dann du hast so ne liebe Stimme so hoch und so 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 äh lieber Leop was meinst du eigentlich damit überhaupt was mit Leop oder so lieb 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 Gott verstehst du es nicht was wir haben doch welche vergessen lieb verstehe ich aber betont das irgendwie so oh nein das ist das sagt man so hier wie ich erst ah 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 ja jetzt verstehe das ah ha 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 oh oh der Tumulus ist zu 80% abgeschlossen oh mein Gott endlich ich werde es bald schaffen den Tumulus endlich fertig zu kriegen oh mein Gott ja in einem Monat wird eine Armee einfallen von den Leuten mit denen ich verbündet und gestoßen oh mein Gott mit denen ich ein Bündnis gemacht habe Stadt verteidigen Optionen Geschwindigkeit ah ha 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 siebzig so ho 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 jetzt wird sie mal was erleben halt ihr greift von da an ihr löschen nein sie sterben meine ganze Stadt in den Dorf wohnen nein 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 es ist so schlecht einfach nur schlecht tja das ist auch du ne wegen dir alles nur wegen dir ich hab so viele Infanterieeinheiten das sieht einfach nur viel aus aber die machen fast gar nicht tja noob was für ein noob alter ja ich hab die Einheiten zerschmettert ich bin zu gut nein machen wir doch besser als du äh nein besser als du ich bin immer besser als du nicht wirklich doch da muss ich dir leider widersprechen weil es einfach so ist ah es geht da nicht ich bin besser als du nein doch na hm doch hm warum nicht weil zu uns sie sein ah ja tumulus ist gesichert nein 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 Können die den tumulus überhaupt kaputt machen? stich 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 den sie für ihre sterblichen Überreste und ihre Besitztümer gebaut haben die sie für ihre Reise in die andere Welt benötigt wäre eigentlich schlimm so der tumulus zerstören und dann steht der esskalt sie müssen den tumulus noch einmal bauen sie haben verloren noob naja die scharren der neuen drei jahre die sich einstmals als zeichen ihrer herrscher Legitimation im besitze der Sia befunden hatten ja ja bla 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 neue Kampagne endlich geschafft Kampagne fertig so das war's mal mit der Aufnahme